Also nur dein Unterbewusstsein sieht dann irgendwelche Sachen, die vielleicht für eine Millisekunde eingeblendet werden. So haben zum Beispiel damals unter anderem Coca-Cola unsere Werbung gemacht, die waren einfach reingeschnitten. Das ist kein Scherz. Und dadurch hast du Bock gehabt, dir Coca-Cola zu kaufen und so weiter. Das sind alles wirklich unglaubliche Sachen, ja, es ist wirklich sehr interessant. Da müsst ihr euch mal mit auseinandersetzen, wie genial das eigentlich ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich höchst unmoralisch, ne. Kommen wir zum nächsten Thema und zu einem ganz besonderen Thema, was man sich auch definitiv mal anschauen sollte. Denn tatsächlich war die Filmindustrie in Deutschland mal sehr, sehr gut. Der ein oder andere wird sich höchstwahrscheinlich die Frage stellen, hör mal Jung, was hast du gesoffen? Wo war denn die Filmindustrie in Deutschland sehr gut? Ja, das ist schon sehr, sehr lange her und tatsächlich vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja, kein Scherz. In den 30er Jahren war es so und auch so ein bisschen vor den 30er Jahren, da hat die Filmindustrie in Deutschland richtig geboomt. Und jetzt Achtung, etwas Filmgeschichte. Deutschland war sogar da besser als Hollywood, was zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht so entstanden war. Ich weiß nicht ganz genau, wann die Hollywood Studios so entstanden sind. Ich will jetzt nichts Falsches hier erzählen. Aber eine Zeit lang war die deutsche Filmindustrie tatsächlich, also von den Zahlen her, ich meine sogar Marktführer, bis irgendwann natürlich Hollywood und Co. alles übernommen haben. Aber eine gewisse Zeit lang war auf jeden Fall Deutschland oben mit dabei. Also so, ich hoffe, dass ich dir nichts Falsches erzählt habe. Wenn nicht, werde ich es nochmal korrigieren. Aber das ist das, was ich mal so ungefähr gelernt habe. Ja, die deutsche Filmindustrie, da brauchen wir natürlich jetzt nicht lang drum rum zu reden, befindet sich mittlerweile natürlich auf einem nicht nur absteigenden Ast, sondern auf einem absterbenden Ast. Ja, weil das, was dort so in die Kinos kommt oder generell deutsche Filme, sind in der Regel wirklich immer meiner Meinung nach eine Lachnummer und sehr oft sehr billig produziert. Das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt hier auf deutsche Filme schimpfen will. Nein, das ist gar nicht meine Intention. Aber die deutsche Filmindustrie hat sich in den letzten Jahrzehnten null weiterentwickelt. Ja, es ist immer dasselbe Prozedere. Man kann nämlich eine Sache sagen, in Deutschland scheinen immer nur Liebeskomödien zu laufen. Und das ist auch das, was in der Regel irgendwie nur angeboten wird. Denn entweder hast du nur Komödien, ja, so wie zum Beispiel Michael Bulli-Herbig sie macht, oder man hat diese Liebeskomödien, die einst Till Schweiger immer wieder produziert hat. Ja, kein Ohrhase, zwei Ohrhase, fünf Ohrhase, keine Ahnung, was es da alles für einen Quatsch gab. Das sind halt diese Filme, die in Deutschland immer wieder angeboten werden. Wenn dann natürlich es da draußen wirklich sehr, sehr gute Köpfe gibt, kreative Köpfe, die mal was anderes wagen wollen, die werden meistens gar nicht von der Filmförderung gefördert. Ganz im Gegenteil, ja, es werden immer nur der gleiche Quatsch gefördert. Das ist nämlich das Grundproblem, was wir hier in Deutschland haben. Ja, es ist einfach ein großes Trauerspiel, was unsere Filmindustrie hier hat. Ich will aber jetzt am Anfang nicht schon alles verraten. Ja, ich weiß ja auch gar nicht, was genau alles in dem Video angesprochen wird. Ich bin mal gespannt, ja, wohin jetzt hier die Reise definitiv geht. Deswegen schauen wir uns jetzt mal das Video von Simplicissimus an mit dem Titel Der Absturz der deutschen Filmindustrie. Und los geht's! Das sind die 50 kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Sie kommen alle aus den USA. Hollywood dominiert die Kinowelt. Die Staaten kontrollieren etwa ein Drittel der globalen Film- und Entertainmentbranche. Das deutsche, britische, italienische oder französische Kino spielt international bei weitem nicht dieselbe Rolle. Und zwar nicht einmal auf den heimischen Märkten. Vor der Pandemie hatten US-Filme in Europa einen Marktanteil von fast 70 Prozent. Oh, ja, seht ihr mal, oder? Was sind das für Zahlen? 68,7 Prozent. Was tatsächlich auch sehr boomt, ich weiß nicht, ob es drin vorkommt, müsste eigentlich Bollywood. Es ist kein Scherz. Bollywood. Der ein oder andere da draußen wird höchstwahrscheinlich lachen und denken, ach, du heiliger, diese Bollywood-Filme. Ja, kein Scherz. Da gibt es auch einen riesigen Markt. Will man gar nicht meinen, aber die sind tatsächlich beliebter, als ihr glaubt. Es gibt so richtige Fanbases darüber, die lieben diese Filme über alles. Wirklich, also gut, jeder wie er will. Jeder hat einen unterschiedlichen Geschmack, ne. Ist ja gut, dass wir nicht alle gleich sind. Aber das ist auch richtig heftig. Ich meine sogar, dass Bollywood, das ist jetzt, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, dass Bollywood sogar von den Zahlen her viel größer ist, als der komplette deutsche Raum. Und dann auch noch so die spanischen und die italienischen Filmstudios. Müsste, glaube ich, also so ganz Europa, kann man sagen. Mal gucken, ob das hier drin jetzt vorkommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine schon. Doch das war nicht immer so. Es gab eine Zeit, da war Deutschland ein globaler Vorreiter des Kinos. Die großen Filme der goldenen Zwanziger setzten völlig neue Maßstäbe in Sachen Kreativität und Technik. Die Ära prägte das Kino weltweit und legte einen Grundstein für viele moderne Filmgenres. Die Regisseure und Schauspieler dieser Zeit gelten bis heute als Legenden. Da, seht ihr, der Domme hat aufgepasst. Ich habe gesagt, in den 30ern und davor und wir sind jetzt hier im Jahre 1922 gewesen, also ihr seht, ich habe ja doch damals aufgepasst. Seht ihr mal, es war damals so, bis dann Hollywood alles dominiert hat. Europa kontrollierte die größte Filmindustrie des Planeten. Europäische Filmstudios waren absolute Pioniere in Sachen Technologie und künstlerischer Innovation. Ihre Produktionen hatten in den USA bis zu 50 Prozent Marktanteil. Aber dann stürzten das europäische und das deutsche Kino innerhalb kürzester Zeit von wirtschaftlicher Dominanz in die Bedeutungslosigkeit ab. Was ist passiert? Wie hat Deutschland sein Hollywood verloren? Die Antwort liegt irgendwo zwischen Wirtschaft, Geografie, Lobbyismus, Politik und einem Attentat. Tja, immer ist irgendwas, muss man wirklich sagen. Meine Güte, Deutschland hat es auch nicht leicht, muss man wirklich sagen. 1879 sollte der britische Fotograf Edward Maybridge folgender Frage nachgehen. Heben Pferde beim Galoppieren mit allen vier Hufen vom Boden ab. Er baute insgesamt zwölf Fotokameras an einer Rennstrecke im kalifornischen Stanford auf und schuf so das hier. Den ersten Film aller Zeiten. Der Aufstieg des Kinos begann aber nicht in den USA, sondern auf der anderen Seite des Atlantiks. Ja, das weiß ich nicht ganz. Das kann sein. Also wenn das so ist, dass das der erste Film aller Zeiten war, keine Ahnung. Also ich habe, glaube ich, da eine andere Erinnerung, aber das kann sein, dass ich das durcheinander bringe. Es gab einen legendären Film, das wird, glaube ich, nicht der erste gewesen sein. Und zwar die Menschen damals. Es ist jetzt übrigens sehr interessant. Vielleicht kommt es auch hier drin vor, ich weiß es nicht. Die Menschen damals, die waren das ja gar nicht gewöhnt, was wir heute gewöhnt sind. Ja, diese Technik. Und so war es damals wirklich, dass die Menschen in diesen Lichtspielhäusern regelrechte Panikattacken bekommen haben. Da gab es einen ganz bestimmten Film und da gab es so eine Szene, wo ein Zug in so einen Bahnhof einfährt. Und da sind die Menschen im Kino aufgesprungen und sind panisch zu den Ausgängen gelaufen, weil die glaubten, dass der Zug jetzt durch die Leinwand fährt. Das ist kein Scherz, weil die das halt einfach nicht kannten und das Gehirn von diesen Menschen konnte quasi die Fiktion von der Realität in diesem Moment einfach nicht unterscheiden. Sehr interessant. Übrigens, kein Witz. Zwei Brüder aus dem französischen Lyon legten den Grundstein für das, was wir heute Kino nennen. Auguste und Louis Lumière. 1895 eröffneten die beiden das erste kommerzielle Lichtspielhaus in Paris. Als einen der ersten Filme zeigten sie in einer 50-sekündigen Aufnahme, wie ein Zug in einen Bahnhof einfährt. Die Leute im Saal waren angeblich so überrascht vom Anblick des auf sie zurollenden Zuges, dass sie in Panik ausbrachen und hysterisch Richtung Ausgang rannten. Ich schwöre, ihr denkt bestimmt, ich hätte das Video gesehen. Ich schwöre auf alles. Mich soll jetzt der Blitz treffen. Ich soll jetzt aufhören zu leben. Ich habe es wirklich nicht gesehen. Das ist wirklich jetzt Zufall. Kein Witz. Ihr wisst, dass ich mir die Videos in der Regel vorher nicht anschaue. Das ist halt, weil ich das weiß. Ich habe das damals in der Uni gelernt. Da hatten wir so Filmgeschichte gehabt und dann habe ich dann aufgeschnappt und fand das sehr interessant, als dann die Leute panisch aus dem Kino gelaufen sind. Aber ganz ehrlich, was soll man machen, wenn die Leute sich gewöhnt waren und wenn die Leute es nicht kannten? Ey, ganz ehrlich, dann kann ich das verstehen. Ab da nahm der weltweite Vormarsch des Kinos unaufhaltsam seinen Lauf. Schon um 1900 hatte sich der Film zu einem globalen Phänomen entwickelt. Überall in Europa blühte das Kino auf. In Dänemark, Großbritannien und Deutschland. Aber in der Anfangszeit wurde die Filmwelt vor allem von zwei Ländern beherrscht. Frankreich und Italien. Französische Filmemacher wurden zu Pionieren für Special Effects. Der Magier Georges Méliès begann als erster, mit Filmtricks und Techniken wie Stop-Motion zu experimentieren. Italien wurde berühmt für seine epischen Historienfilme. Der exzessive Einsatz von Statisten und immer aufwendigeren Filmsets setzten völlig neue Produktionsstandards. Kurz gesagt, es lief für das europäische Kino. Es eroberte innerhalb kurzer Zeit um die 50% Marktanteil in den USA. Die europäische Filmindustrie trieb neue Technologien wie Projektion, Farb- und Tonfilm voran. Sie pushte neue Formate wie die Wochenschau, Zeichentrick, Kurzfilmreihen mit Cliffhanger und natürlich den Spielfilm. Der Spielfilm war das, was wir uns heute unter Kino vorstellen. 90 Minuten und länger. Große Story, große Promo, große Stars. Davor bestand eine Kinovorstellung aus einer Reihe wild zusammengewürfelter 15-Minuten-Clips. Eine Art antikes YouTube. Große Filmstars und ihre Charaktere glänzen damals wie heute mit Schmuck und Accessoires. Eine elegante Uhr, eine glitzernde Kette oder eine slieke Sonnenbrille können das Image eines Mentors prägen. Das war gut. Das kam unerwartet hier, dass sie den hier reingeschnitten haben. Apo Red. Das war schön. Das kam wirklich unerwartet. Da haben die jetzt mal richtig Humor gezeigt. Haben den einfach da reingeschnitten. Richtig lustig. Es gab zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es hier drin vorkommt, sollte das jetzt gleich sofort kommen, dann denkt jeder, ich lüge. Aber gut. Es gab zum Beispiel mal eine Zeit, das ist kein Scherz, da sind die Leute auch ins Kino gegangen, weil die sich dafür interessiert haben, welche Trailer so vor den Filmen gezeigt werden. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, das müsst ihr mal irgendwo suchen im Internet, das ist richtig lustig. Und zwar folgendes. Es war ja damals so, ich meine, das müsste Star Wars Episode 1, also quasi nach den Star Wars Teilen, die früher in den 80er kamen, da kam ja dann irgendwie Anfang 2000er. Es ging dann ja mit Episode 1 los. Ist schwer zu verstehen. Jedenfalls, es war im Umlauf, dass der Trailer jetzt in den Kinos läuft und dass der vor einem bestimmten Film gezeigt wird. Das ist jetzt kein Scherz. Da waren die Leute damals so verrückt. Da sind die Leute, haben die sich die Kinokarte gekauft, damit die in den Film gehen, um sich den Trailer von Star Wars im Kino anschauen zu können. Da sind die Leute damals wirklich in die Kinos gegangen, nur für den Trailer. Die meisten Leute sind dann wieder aus dem Kino gegangen, weil die sich für den Film nicht interessiert haben. Ist eine ganz kuriose Geschichte. Mal gucken, ob darüber gesprochen wird. Ich denke nicht, aber muss man mal suchen. Ist wirklich eine tolle Geschichte, dass die Leute da deswegen in die Kinos gegangen sind. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, so Quatsch. Auf der anderen Seite des Atlantiks fanden amerikanische Filmemacher ihr Mekka. Wenn man einen Film drehen will, braucht man gutes Licht. Die einfachste und spilligste Lichtquelle ist die Sonne. Aber wenn man viele Filme drehen will, und zwar ganzjährig, dann braucht man einen Ort, an dem ständig die Sonne scheint. Das brachte amerikanische Filmemacher nach Los Angeles und Hollywood. Kalifornien bietet das komplette Paket. Unterschiedlichste Landschaftsbilder auf engem Raum und geradezu perfektes Klima. Es gab aber noch einen anderen Grund, dass sich die US-Filmindustrie ausgerechnet in Kalifornien ansiedelte. Thomas Edison Edison hielt über 1000 Patente, von denen viele für die Filmproduktion relevant waren. Und er war nicht nur ein genialer Erfinder, sondern auch ein eiskalter Geschäftsmann. Edison nutzte seine unzähligen Patente, um die Motion Pictures Patent Company zu gründen. Die MPPC hielt ein Quasi-Monopol in allen Bereichen der Filmproduktion. Und sie war berüchtigt dafür, ihre Patente rigoros durchzusetzen. Notfalls mit der Hilfe von Schläger-Trupps. Zu der Zeit befand sich die US-Filmindustrie vor allem in der Gegend um New Jersey an der Ostküste. Dann zogen immer mehr Filmemacher gen Westen, um vor den strengen Auflagen der MPPC zu fliehen. Kalifornische Richter, so hieß es, standen Edisons monopolistischen Strategien kritischer gegenüber. Um 1915 hatten über 60 Prozent der amerikanischen Filmunternehmen ihren Sitz in Hollywood. Diese starke Ballung erwies sich später als gewaltiger Vorteil. Na guck mal, wie das hier schon in die Brüche gegangen ist. Schaut euch mal an, was die für einen Aufstieg hatten. Unfassbar. Ja, was wir auch damals gelernt hatten, das kann man ja auch mal sagen. Tatsächlich haben dann auch irgendwann das Militär, das ist jetzt kein Scherz, die Macht der Filme erkannt. Und gerade das amerikanische Militär hat dann darauf gesetzt, dass man extra Spielfilme produziert, wo man dann so die Soldaten immer so gut drin in Szene setzt. Ja, dass du dann ein Held bist, wenn du Soldat bist. Und dass du dann ein ganzer Mann bist, wenn du dich doch verpflichten lässt. Und vor allen Dingen, dass die, also zumindest amerikanischen Soldaten in den Spielfilmen immer die Guten waren. Das ist kein Scherz. Es wurde tatsächlich so produziert und ja, daraufhin hat es wohl, also so wurde es mir zumindest beigebracht, ob es stimmt, weiß ich nicht. Hat es wirklich auch dazu geführt, dass sehr viele junge Männer zum Militär gegangen sind, weil aufgrund dieser Filme, dass die so dermaßen scheinbar manipuliert haben, dass sie sich dann reihenweise bei der Marine und so weiter beworben haben, weil die dann dahin wollten. Kein Scherz. Guck mal, wie gewitzt wieder, oder? Und das wird bis heute tatsächlich so gemacht, dass manipulative Elemente in den Filmen reingeschnitten werden oder extra so produziert wird der ganze Film. Manchmal sind es nur Teile, öfters ist es auch der ganze Film, um Leute zu manipulieren und vor allen Dingen auch auf die Meinung der Leute, also quasi die Meinung der Leute zu formen. Dass sie dann gleich ihre Meinung in bestimmten politischen Positionen ändern oder sonst irgendwas. Das ist kein Scherz. Dafür ist diese Filmindustrie unter anderem da und quasi durch ihre Filme und durch ihre Emotionen, die diese Filme ausschütten, quasi die Menschen da draußen zu beeinflussen. Das ist sehr interessant. Da muss man sich mal sehr mit auseinandersetzen. Das ist wirklich einerseits genial und auf der anderen Seite richtig gruselig, wie das funktioniert. Und vor allen Dingen, dass man da so Sachen einbaut in den Filmen, die nur das Unterbewusstsein quasi mitbekommt. Ja, du nimmst das gar nicht wahr mit deinem Auge, weil das so kurz ist. Also nur dein Unterbewusstsein sieht dann irgendwelche Sachen, die vielleicht für eine Millisekunde eingeblendet werden. So haben zum Beispiel damals unter anderem Coca-Cola unsere Werbung gemacht. Die waren einfach reingeschnitten. Das ist kein Scherz. Und dadurch hast du Bock gehabt, dir Coca-Cola zu kaufen und so weiter. Das sind alles wirklich unglaubliche Sachen. Ja, es ist wirklich sehr interessant. Da müsst ihr euch mal mit auseinandersetzen, wie genial das eigentlich ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich höchst unmoralisch. Müsst ihr euch mal Gedanken machen. Derweil entwickelte sich der Spielfilm zum Format der Zukunft. Längere und hochwertigere Filme bedeuteten höhere Ticketpreise, höhere Besucherzahlen und höhere Profite. Ja. So begann ein transatlantisches Wettrennen. Eine Weile lagen die Filmindustrien auf beiden Kontinenten Kopf an Kopf und produzierten jährlich mehr und mehr Spielfilme. Aber dann veränderte sich alles. Wir schreiben den 28. Juni 1914. Eine Wagenkolonne schiebt sich durch Sarajevo. Die Kolonne biegt falsch ab. Während die Fahrzeuge anhalten und den Rückwärtsgang einlegen, tritt ein Mann an die Autos und zückt eine Pistole. Er schießt aus kurzer Entfernung zweimal auf einen der Wagen und tötet die beiden Insassen. Erzherzog Franz Ferdinand, den Thronfolger Österreich-Ungarns und seine Gemahlin Sophie, die Herzogin von Hohenberg. Shit escalates und der Erste Weltkrieg bricht aus. Das ist, wo man sich so denkt, warum, ja, warum? Nur weil so ein sinnloses Attentat verübt worden ist, da kannst du doch nicht aufgrund dessen so einen ganzen Weltkrieg starten, ja. Ja, weil da hat jemand geschossen, deswegen müssen wir jetzt hier alles in Schutt und Asche legen, ja, toll, super. Ja, klar, ist eine tolle Logik dahinter, aber ja, komm, warum sollen wir überhaupt hier noch nach der Logik suchen? Die meisten Menschen sind dermaßen indoktriniert im Kopf, die fragen sowieso nicht mehr nach der Logik. Das ist Dr. Markus Sticklecker. Er ist Filmwissenschaftler und hat uns bei der Recherche unterstützt. In diesem Interview spricht er Englisch mit uns, weil wir das Video zuerst auf Fern veröffentlicht haben. Tausende Menschen wurden an die Front geschickt. Innerhalb der nächsten vier Jahre versank Europa in Schutt und Asche. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Bei weitem nicht. Die europäische Filmindustrie schlug sich den gesamten Krieg hindurch wacker. Die Menschen sehnten sich nach Ablenkung von der finsteren Realität. Das Kino wurde gleichzeitig zum Kriegsinstrument und es gab staatliche Posten im Filmbereich. In manchen Ländern Europas wuchs die Branche sogar während des Krieges. Trotzdem hat Hollywood Europa bis 1918 komplett abgehängt. Wie ist das passiert? Ja, man muss sich auch wirklich mal vorstellen, dass trotz des sinnlosen Krieges die Filmindustrie weiter gewachsen ist hier in Europa. Trotzdem haben die weitergemacht. Ja, es ist halt so, die Leute wollen halt immer irgendwie sich ablenken, gerade wenn auch so schlechte Zeiten sind. Ich meine, aktuell ist es ja auch so. Wir haben schlechte Zeiten. Eigentlich haben wir schlechte Zeiten, auch wenn es uns doch verhältnismäßig gut geht. Aber die Leute wollen sich scheinbar auch nicht wirklich damit auseinandersetzen und scheinen dann jede Ablenkung wirklich mit Kusshand anzunehmen. Dieser Abschnitt basiert zu großen Teilen auf einem fantastischen Aufsatz des Wirtschaftshistorikers Gerbenbacher. Ein Link findet ihr in der Beschreibung. Während in Europa der Erste Weltkrieg tobte, erfand sich die Filmindustrie in den USA komplett neu. Inzwischen wurden fast nur noch Spielfilme gedreht und das Kino dominierte bald den gesamten Kulturbetrieb. Regionale Märkte wuchsen zu einem nationalen Markt zusammen und nationale Märkte zu einem globalen Markt. Innerhalb weniger Jahre wurde es wahnsinnig teuer, Filme zu machen. Und damit auch sehr riskant. Schließlich konnte man vorab nicht wissen, wie die Zuschauerzahlen ausfallen würden. Aber wenn man einen Kassenschlager produzierte, konnte man mehr Geld scheffeln, als die Unterhaltungsbranche je gesehen hatte. Ab jetzt ging es in der Filmproduktion um richtig große Wetten. Unternehmer und Investoren erkannten das Potenzial der Branche. Sobald irgendwo Kino oder Spielfilm draufstand, flossen gigantische Summen. Im Jahr 1914 gab Fox noch 92.000 Dollar für Filmproduktionen aus. Bis 1917 schraubte das Studio diese Summe auf jährlich 4 Millionen Dollar hoch. Ein 40-facher Anstieg. Und vor allem den Finanzspritzen großer New Yorker Investoren zu verdanken. Paramount entstand durch den Zusammenschluss diverser regionaler Filmvertriebe und einer großen Produktionsfirma. Mit dieser geballten Power fing der Konzern an, riesige Werbekampagnen für seine Produktionen und Filmstars auszurollen. So konnte Paramount in nur zwei Jahren seinen Jahresumsatz verdoppeln. Paramount wurde zum Vorreiter einer neuen Geschäftsstrategie. Man wirft den Regisseuren und Drehbuchautoren so viel Geld hinterher wie nötig, damit sie das bestmögliche Material produzieren. Dabei profitierte die Branche enorm davon, dass sich die Filmproduktion in Kalifornien ballte. Ja, wenn man jetzt mal so sehen will, diese ganze Filmindustrie ist jetzt auch schon über 100 Jahre alt. Stand jetzt muss man ja wirklich sagen, sie haben sich wacker gehalten. Obwohl ich persönlich der Meinung bin, dass das irgendwann nicht mehr so laufen wird. Wenn ich ganz ehrlich bin. Weil wir haben schon eine große Veränderung. Das muss man wirklich so sagen, wie es ist. Wir haben ja mittlerweile die großen Streamingdienste, die dich mit Filmen nur so zuscheißen können. Sagen wir mal so. Ja, die werfen dich ja nur mit Filmen zu. Und auf der anderen Seite merkt man aber, dass die Menschen weniger ins Kino gehen. Und ich bin auch fest der Überzeugung davon, dass die Kinos jetzt in den nächsten, also zumindest 10 Jahren, werden die aussterben. Ich glaube nicht, dass die noch eine Zukunft haben werden. Erstmal wiegen diesen unverschämten Preisen im Kino. Ja, das ist ja unverschämt durch 10. Und einfach so, weil die Leute sich mittlerweile daran gewöhnt haben, heimisch zu Hause sich die Filme auf ihrem riesengroßen Fernseher anzuschauen. Und sind wir auch mal ganz ehrlich zueinander. Was gibt es denn Schöneres? Ja, entweder mit seinen besten Freunden oder mit seiner Freundin, mit seiner Familie sich einen Film in den heimischen vier Wänden anzuschauen. Wer geht denn dann noch gerne ins Kino? Sind wir nochmal ehrlich zueinander? Wer geht denn dann noch ins Kino? Also ich persönlich sage, das wird nicht mehr lange halten. Und man merkt auch, dass die Kinos wirklich am Limit sind. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren erleben werden, wie sich ein Kino nach dem anderen verabschieden wird. Weil das einfach nicht mehr so läuft. Jetzt mal an euch die Frage, was mich interessieren würde. Und natürlich auch an die Zuschauer, die das auf YouTube sehen werden. Seid mal ehrlich, wann seid ihr das letzte Mal im Kino gewesen? Und wann habt ihr vor, das nächste Mal ins Kino zu gehen? Seid mal ehrlich, wann war euer letztes Mal? Wie gesagt, ich finde es auch schade. Ich sage nicht, dass das gut ist, um das hier auch direkt mal vorweg zu sagen. Ich fand das auch schade bei den Videotheken, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe früher Videotheken selber geliebt. Ja, ich wäre gerne so aufgewachsen, dass ich das als Erwachsener erlebt hätte, wo die ganzen Videotheken plötzlich da waren. Weil ich das unglaublich cool fand, durch eine Videothek zu gehen und das alles so zu erleben. Und klar, ich war, wo ich dann irgendwann 18 war, gab es natürlich auch noch viele Videotheken. Da war das aber gerade so am Ende des Ganzen. Und da sind die langsam aber sicher ausgestorben, dann die Videotheken. Ich fand, es war immer ein cooler Ort. Die Menschen sind auch noch irgendwie, haben sich da getroffen. Es war ein bisschen persönlicher, dass du dort dir den Film deines Vertrauens ausgeliehen hast, wo du gesagt hast, das willst du unbedingt dir anschauen. Es war eine andere Atmosphäre als heute. Ja, und ja, also ich habe Videotheken sehr gemocht, bin ich ganz ehrlich. Schade, wir haben eines der besten Kinos hier, lange her. Ja, vor drei Wochen, Bad Boys, okay. Ich werde in Alien Rumo losgehen, oder wie man das ausspricht. Avatar 2, glaube ich. Boah, Avatar 2, wann war das? Wann war Avatar 2? Avatar 2, Niki, ist auch schon zwei Jahre her oder so, ne? Final Destination 5 und ich bin, wie immer, eingeschlafen. Anfang 2023, schreibt ihr hier, circa 15 Jahre her, vier Jahre, wow. Vor zwei Jahren das letzte Mal kein Plan ins Kino zu gehen. Gute zehn Jahre, keine Ahnung, wüsste auch nicht einmal, welcher Film es war. Hatte es zuletzt im Kino geschaut? Wann war das? 2017, krass. Also ich muss bei mir wirklich sagen, bei mir ist es tatsächlich so, ich gehe auch hin und wieder ins Kino, aber natürlich längst nicht mehr so oft wie früher. Früher bin ich gerne mit meinen Freunden ins Kino gegangen, das war immer so unser Highlight. Wir haben da auch einige Filme gesehen. Aber ich war selber das letzte Mal im Kino, letztes Jahr, da war ich mit meiner Freundin in Indiana Jones. Ja, kein Scherz, wir sind in Indiana Jones 5 gegangen, weil ich unbedingt da rein wollte. Ich fand als Kind diese Filme unheimlich cool, ne? Ich fand das immer so schön, dieses Abenteuer mitzuerleben. War das letztes Jahr, ja, ne? Das war 2023, wo der rauskam, oder 22? Ich meine, es wäre letztes Jahr gewesen. Ja. Ja. Genau, hier. 2023. Ja, das war das letzte Mal, als wir im Kino waren, tatsächlich. So konnte man im Handumdrehen die besten Talente scouten und von einem Job zum anderen vermitteln. Die US-Filmindustrie wurde zum Internet der 1910er Jahre. All das Geld, das in die Branche der Zukunft gepumpt wird, all der Hype und die Startups. Am Ende haben nur die allerwenigsten überlebt. Die, die es geschafft haben, gehören heute zu den größten und mächtigsten Unternehmen der Welt. So ähnlich war es damals auch. Bis 1920 waren nahezu alle Filmunternehmen pleite gegangen oder aufgekauft worden. Bis auf diese großen fünf und diese kleinen drei. Es ist kein Zufall, dass man bis heute so gut wie alle kennt. Niemand hat sich so strategisch durch die damalige Zeit manövriert, wie diese Handvoll Produktionsfirmen. Hier, das fand ich ja immer, hatte einen unglaublichen Wiedererkennungswert. Ja, Metro, Gold, Wayne, Mayer oder sowas. Ich weiß gar nicht, wann ich das zuletzt gesehen habe. Gibt's die überhaupt noch? Produzieren die immer noch Filme? Ich glaube schon. Das mit dem Löwen so in der Mitte, das fand ich immer lustig oder cool. Ich weiß gar nicht, wann ich das zum letzten Mal vor so einem Film gesehen habe. Weiß keine Ahnung, ob die Firma noch existiert. Sie fuhren eine aggressive Expansionspolitik und kauften landesweit Kinoketten und andere Vertriebsstellen auf. Bald kontrollierten sie den kompletten Prozess von der Produktion bis zum Verkauf, um sich immer fettere Stücke vom schnell wachsenden Kuchen zu sichern. Um 1930 kontrollierten die großen fünf und die kleinen drei etwa 95 Prozent der US-Filmproduktion und Distribution. Wahnsinn. Zurück nach Europa. Die Filmindustrie hier war zwar noch am Leben, aber nicht fit genug für das wahnsinnige Wettrennen in den USA. Europa war abgehängt. Und zwar so richtig. 1919 kam 90 Prozent der Filme in europäischen Kinos aus den Staaten. In Afrika und Asien sah es genauso aus. In Südamerika lag die Quote sogar bei fast 100 Prozent. Marktvolumen war jetzt wichtiger denn je. Wer die Produktionskosten wieder einspielen wollte, musste die Massen ins Kino locken. So und jetzt möchte ich noch kurz was gesagt haben hier an der Stelle. So und jetzt überlegt euch mal bitte, was die hier für eine Macht gehabt haben in Bezug, dass man den Leuten durch Emotionen Gefühle transportieren möchte und so auch gewisse Denkweisen in den Kopf pflanzen möchte. Jetzt überlegt euch mal bitte, wie mächtig diese Filmindustrie natürlich heute auch immer noch ist, und was man dann mit Filmen den Leuten alles mitgeben konnte. Wenn ihr jetzt versteht. Und jetzt versteht ihr auch, warum viele Menschen gleichgeschaltet sind. Das hat alles damit zu tun. Unter anderem. Ja, also die Filmindustrie oder sagen wir es mal anders, die Unterhaltungsindustrie hat eine solche Macht. Deswegen gibt es nämlich auch da draußen so viele Menschen, die halt nur diesen einen Weg kennen. Es ist ja in der Musikindustrie genauso. Die Musikindustrie funktioniert ja genauso. Da versucht man dir ja auch Botschaften mitzugeben. In den Liedern. Da müsst ihr euch mal Gedanken drüber machen. Aber der europäische Markt fiel auseinander. Die Wunden des Weltkriegs waren noch frisch und es gab kaum Interesse an Kooperation. So gingen im Laufe der 1920er Jahre große Teile der europäischen Filmindustrie den Bach runter. Es gab allerdings eine Ausnahme. Deutschland. Den einzigen Flecken in Europa, den Hollywood noch nicht erobert hatte, weil während des Krieges keine amerikanischen Filme ins Land importiert wurden. Between the first and the second world war there was the Weimar Republic. And the Weimar Republic was still haunted by an economic crisis. But the need for entertainment and especially for cinema as a factor of entertainment was huge. And in retrospect, you can say that the Weimar Republic era was the most fertile for German film history ever. Bereits 1912 wurde vor den Toren Berlins das Studio Babelsberg gebaut, das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt. Kurz darauf wurde die deutsche Filmproduktion unter dem Dach einer großen Filmfirma vereint, der staatlich kontrollierten Ufa. In den 20ern brachte die deutsche Filmlandschaft viele talentierte Filmemacher hervor, wie Friedrich Wilhelm Murnau und Fritz Lang. Ihre Filme wurden globale Blockbuster. Metropolis von Fritz Lang gilt bis heute als einer der einflussreichsten Sci-Fi-Filme aller Zeiten. Ja, tatsächlich, ne. Müsstet ihr auch kennen, Metropolis. Da müsste, ich da jetzt nicht vertue, müsste, glaube ich, der Norman Investigativ darüber berichtet haben, ne. Der hat doch diesen Film mal analysiert, was da eigentlich alles so für Botschaften drin vorkommen. Guck mal, wie lange sich dieser Film gehalten hat, ne. 1927 ist jetzt fast dann 100 Jahre her, bis heute. Klar ist er heute bestimmt billig, aber die Botschaft, die da drin vermittelt wird, die zählt ja. Propolis von Fritz Lang gilt bis heute als einer der einflussreichsten Sci-Fi-Filme aller Zeiten. Das Kabinett des Dr. Caligari von Robert Wiene prägte komplette Genres wie den Horrorfilm oder den Film Noir. Er inspirierte später auch unzählige Filmemacher wie Tim Burton oder David Lynch. Expressionistische Filme wie Murnau's Nosferatu setzten völlig neue ästhetische Maßstäbe für die Filmkunst. Marlene Dietrich, Heinz Rühmann und Hans Albers wurden zu international gefeierten Stars. Es war das goldene Zeitalter des deutschen Kinos. Theoretisch hätte die deutsche Filmbranche den US-Markt überfluten können. Wegen der heimischen Inflation hätten sich die Filme dort zu Spottpreisen verkaufen lassen. Aber in Amerika waren so kurz nach dem Krieg noch immer viele Menschen nicht gerade gut auf Deutschland und seine Filme zu sprechen. Außerdem waren deutsche Produktionen anders als Hollywood-Kino und kamen beim amerikanischen Publikum nicht immer gut an. Bis heute kann man ja eigentlich so sagen, obwohl die Produktionen sich eigentlich mittlerweile ähneln. Also man sieht kaum noch Unterschiede. Also würde ich jetzt sagen, in eine wirklich sehr, sehr lange Zeit konnte man viele Unterschiede erkennen, weil Hollywood-Produktionen einfach besser waren als deutsche Produktionen. Aber jetzt würde ich sagen, ist es eigentlich gleich. Also meiner Meinung nach. Das Variety-Magazin schrieb damals, das Kuriose an vielen deutschen Filmen ist, die Storys sind seltsam, es fehlt die Romantik und sie handeln ausschließlich von Männern. Hollywood hatte seinen klassischen Stil gefunden. Deutsche Filme waren oft expressionistisch. Unmittelbar nach dem Krieg führte Deutschland Quoten ein, um die Anzahl amerikanischer Filme auf dem eigenen Markt zu deckeln. Doch die Quoten wurden mit der Zeit gelockert und Hollywood fackelte nicht lange. Die großen US-Studios kauften deutsche Kinoketten auf und überschwemmten den deutschen Markt mit ihren Produktionen. Die Ufa geriet in finanzielle Schwierigkeiten, wurde von Paramount und MGM gerettet und musste im Gegenzug haufenweise US-Filme vertreiben. Das bedeutete weniger Spielzeiten für deutsche Filme, weniger Umsatz und den schleichenden Verfall des deutschen Kinos. So schwächte Hollywood Schritt für Schritt seinen einzigen echten Rivalen. Dann gab dieser Mann der deutschen Filmindustrie endgültig den Rest. Dann gab dieser Mann der deutschen Filmindustrie endgültig den Rest. Ja, genau. In den folgenden zwölf Jahren musste jeder unter den Nazis produzierte Film von Goebbels persönlich abgesegnet werden. Die Branche verhängte ein quasi Berufsverbot für Juden und trieb damit zahlreiche deutsche Filmschaffende ins Exil nach Hollywood. Los Angeles wurde bald als das neue Weimar bezeichnet. Das einst blühende deutsche Kino verlor unzählige Talente. Der Zweite Weltkrieg brachte die gesamte europäische Filmproduktion endgültig zum Erliegen. Die Effekte der Krieg auf London zum Beispiel oder später auf Deutschland, auf der Bombing von Berlin, haben viele von diesen Produktionen verletzt. Also am Ende der Krieg mussten die Filmproduktion und Filmproduktion in Europa wiederentwickelt werden. Doch das europäische Kino war noch nicht am Ende. Nach dem Krieg pushte Hollywood ein neues Image. Die Welt sollte Filme weniger als Kulturgüter, sondern mehr als wirtschaftliche Produkte sehen. So wollten die US-Studios nationale Quoten verhindern, die den Vertrieb ihrer Filme einschränken würden. Obwohl Hollywoods Dominanz auch in den kommenden Jahrzehnten ungebrochen blieb, erlebte die Filmindustrie in vielen europäischen Ländern ein Wiederaufblühen. Ginecitta in Italien hatte goldene Jahre und feiert aktuell ein starkes Comeback. Das britische Kino gebohrt Franchises wie Bond oder Superman und zählt bis heute zu den großen Playern der globalen Filmbranche. Das französische Kino wird kräftig subventioniert, produziert regelmäßig Welthits wie Amelie oder Ziemlich Beste Freunde und bringt sich gerade als internationaler Drehstandort in Stellung. Ja, ich sag ja, es wurde ja wieder gut an Boden, gut gemacht, also hier in Europa. Ja, Deutschland hat natürlich auch einige Filme produziert, wo man da auf jeden Fall sich noch dran erinnern kann, wenn man einen deutschen Film geguckt hat, den man gut fand. Auch wenn mir jetzt spontan keiner einfällt, ja. Ich meine, gut, man darf ja auch eine Sache nicht vergessen. Jetzt mit Netflix und Co. hat sich vielleicht auch irgendwas verschoben, meiner Meinung nach. Also ich meine, kann ja sein, dass durch diese ganzen Streaming-Anbieter es vielleicht dann doch mal eher glückt, ja, dass jetzt, sagen wir mal, deutsche Filme vielleicht dort einem breiteren Publikum angeboten werden kann. Als Beispiel. Das ist jetzt nur mein Gedankengang dazu. Das kann ja sein. Und Deutschland? Auch Hollywoods einstiger Rivale versuchte nach dem Zweiten Weltkrieg an die Erfolge von früher anzuknüpfen. Dabei kristallisierte sich in den 1950ern vor allem ein Genre als Publikumsmagnet heraus. Der Heimatfilm. Wenig anspruchsvolle Schnulzen mit flachen, kitschigen Love-Stories, malerischen Berglandschaften und vorhersehbaren Happy Endings. Boah, das ist wirklich so gewesen, ne. Heimatfilme haben eine Zeit lang wirklich komplett Deutschland dominiert, ne. Gerade so die etwas Älteren von damals haben sich ja ohne Ende diese Heimatfilme angeschaut. Ja klar, nach dieser wirklich üblen Zeit wollte man halt nichts mehr von Dramen oder so wissen, sondern man wollte halt diese schönen Heimatfilme sich anschauen, ja. Das ist so, ne. Ich weiß auch, dass meine Oma auch so viele Filme davon hatte und die sich ständig immer diese Heimatfilme da reingezogen hat. Unfassbar. Das Wirtshaus im Spessart mit Lieselotte-Pulver gehört bis heute zu den kommerziell erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeiten. Der Heimatfilm gab vielen Deutschen das, was sie in der Nachkriegszeit wollten. Ja. Seichte, unverfängliche Unterhaltung in einer heimatlichen, heilen Welt. Ja, klar. In den 60ern litt die deutsche Filmbranche unter dem Vormarsch des Fernsehens. Um das Kino zu retten, wurde 1967 das Filmförderungsgesetz verabschiedet und ein Jahr später in Berlin die erste große Fördereinrichtung gegründet. Die staatliche Unterstützung ebnete den Weg für eine neue Generation von Filmemachern. Den neuen deutschen Film. Regisseure wie Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Wim Wenders und Volker Schlöndorf wollten dem Heimatfilm eine gesellschaftskritische Perspektive entgegensetzen. Gefühlt hat sich seit der Zeit der Heimatfilme aber wenig getan. Ja, das ist ja eben, was ich gesagt habe. In Deutschland tut sich relativ wenig in der Filmindustrie, weil da immer nur auf dasselbe Erfolgskonzept gesetzt wird. Nämlich immer nur Liebeskomödien oder Komödien. Oder dann irgendwie mal ein Drama und dann dreht es sich ja eh immer nur um dasselbe Thema. Das will heutzutage auch keiner mehr sehen. Ja, wir brauchen nicht den, was weiß ich, den tausendsten Film über den Zweiten Weltkrieg. Das brauchen wir halt einfach nicht, weil irgendwann ist dieses Thema auch durch und die Leute haben keine Lust mehr darauf. Aber das ist das, was hier in Deutschland komischerweise immer produziert wird. Deutsche Filme schlagen international meist nur Wellen, wenn ein Teil der eigenen Geschichte behandelt wird. Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen. Unstrittig ist aber, dass das deutsche Kino nie zu altem Glanz zurückkehrte und Lichtjahre davon entfernt ist. Deutsche schauen heute größtenteils internationale Filme. 2023 lag der Anteil der Kinobesucher, die sich deutsche Produktionen gegeben haben, bei weniger als einem Viertel. Viele der größten deutschen Filmschaffenden feierten ihre Erfolge in Hollywood. Roland Emmerich, Wolfgang Petersen oder Soundtrack-Legende Hans Zimmer. Der schlechte Zustand der deutschen Filmindustrie liegt laut Experten mitunter an der Institution, die sie am Leben hält. Der Filmförderung. Die ist in Deutschland wahnsinnig komplex, langsam und zersplittert. Jürys, Gremien und Redakteure etlicher Bundes- und Landesförderungen vergeben in quälenden, bürokratischen Prozessen Gelder, ohne die deutsches Kino in weiten Teilen nicht finanzierbar wäre. Ich hab ja schon mal gesagt, ich würde ja selber, wenn ich wüsste, dass ich Erfolg hätte, würde ich bei der Filmförderung nachfragen und ich würde einen wirklich absoluten, unzensierten Film über das Corona-Verbrechen machen. Aber das Ding ist, ey, ganz ehrlich, du kriegst nicht einen Cent. Die würden das auf keinen Fall unterstützen. Weil wenn du wirklich einen Augenöffner-Film drehen wollen würdest bezüglich der Corona-Zeit, ich sag euch so, es ist realistischer, im Lotto zu gewinnen, als dass du von der Filmförderung auch nur einen Cent kriegen würdest. Du kriegst nichts, du kriegst einfach nichts. Weil, ist ja klar, die fördern dann natürlich auch wieder nur diese sogenannte Unterhaltung, ja, die quasi, ich sag mal, für gewisse Mächte kein Problem dasteht. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen. Angenommen, man würde jetzt über Corona-Filme drehen, aha, und dann auch noch die Wahrheit, wenn ihr versteht, kriegst du nicht durch. Wird keiner machen. Diese setzen dabei immer wieder auf einen Mix aus Krimis, Heimatfilm und seichten Komödien. Für mehr Hintergründe zum Zustand des deutschen Films können wir euch dieses schöne Video von David Hain wärmstens ans Herz legen. Deutschland verliert auch als Drehstandort an Strahlkraft. Die Filmförderung in Frankreich, Österreich und Großbritannien gilt als einfacher und lukrativer. Internationale Produktionen drehen immer häufiger in Ländern wie Ungarn oder Tschechien. Deutschland plant, die deutsche Filmförderung zu reformieren. Ob das gelingen wird, bleibt abzuwarten. Vor allen Dingen würde mich ja nochmal interessieren, was die da jetzt dann so reformieren wollen, wie dann die Regeln aussehen und so. Also da bin ich natürlich ganz ehrlich. Also im Grunde genommen glaube ich nicht, dass sich da viel verändert. Oder wer weiß, vielleicht wird es ja auch noch viel schlimmer. Vielleicht wird es ja dann auch so werden, dass nur bestimmte Filme gedreht werden dürfen. Keine Kritik an der Regierung zulassen oder was weiß ich, wenn ihr versteht. Das kann natürlich auch sein. Egal ob in Deutschland oder in Europa insgesamt. Die Branche zieht nicht an einem Strang. Warum gründet Europa nicht einfach eine Union für eine gemeinsame Filmproduktion, wie man es mit der EU für die Wirtschaft getan hat? Es gibt aber zumindest Versuche. Die EFAT, der Zusammenschluss der Direktoren der europäischen Filmförderungen, versucht beispielsweise, die europäische Filmbranche zusammenzubringen. Ihrer Vorstellung nach soll sich das europäische Kino bis 2030 als kulturell diverser Global Player etablieren. Aha, da haben wir es also wieder. Bis 2030, liebe Freunde. Und da kann man sich ja vorstellen, was da denn alles so für Filme gedreht werden sollen. Ja, ja, ja. Komm, ist doch klar, wie es wieder werden wird. Auch Großbritannien baut trotz Brexit seine Verbindungen zu anderen Filmbranchen in Europa aus. Hollywood hat derweil im Laufe der Jahre einen neuen Ansatz für seine Produktion entwickelt. Die Märkte in Asien sind inzwischen mit Abstand die größten weltweit. Und sie rütteln am Status quo. Ah, sieh mal an. Hollywood wirkt mit seiner Dominanz bis heute wie eine Naturgewalt. Wie eine alternativlose Tatsache. Die USA sind der unangefochtene King of Content und nehmen rund um den Globus gewaltigen kulturellen Einfluss. Das Kino spielt dabei eine zentrale Rolle. Es ist faszinierend zu sehen, wie viele Zufälle und globale Ereignisse den Weg für diese Vormachtstellung geebnet haben. Hätten sich die Filmindustrien im Ersten Weltkrieg ähnlich entwickelt, wären die Kräfteverhältnisse heute vielleicht ausgeglichener. Die Musikindustrie zum Beispiel hatte in den 1950ern einen ähnlichen Boom, ist heute aber viel weniger zentralisiert. Was wäre passiert, wenn die deutsche Wirtschaft Ende der 20er nicht so am Boden gewesen wäre? Was, wenn Chinechita nicht zwischen den Kriegen eingebrochen wäre? Natürlich ist all das reine Spekulation. Wir wären letztlich einfach liebend gerne dabei gewesen. Bei der Geburtsstunde des Mediums, das wir über alles lieben. Tja, und das ist nämlich die Frage aller Fragen. Ja, was wäre, wenn das alles nie gekommen wäre? Wer weiß, wie mächtig Deutschland heutzutage wäre in Bezug auf die Filmindustrie. Ja, und vielleicht würde man ja heute sagen, boah, Deutschland dreht die besten Filme, beziehungsweise die Deutschen drehen die besten Filme, die man weltweit gesehen hat. Man darf ja wohl noch träumen dürfen, ne? Aber so ist es natürlich leider nicht gekommen. Tja, so sieht's aus. Cheers! Das war's zu dem Thema der Absturz der deutschen Filmindustrie. Jetzt seid ihr da draußen natürlich wie immer gefragt. Seht ihr doch Hoffnung in der deutschen Filmindustrie für die Zukunft? Könnt ihr euch vorstellen, dass sich das irgendwann alles noch verändern wird? Wird eventuell irgendwann mal die deutsche Filmförderung in irgendeiner Art und Weise andere Filme mal fördern? Oder wird alles bleiben wie beim alten? Das könnt ihr mir gerne unten in die Kommentarfunktion schreiben. Geht bitte auch auf das Originalvideo. Lasst dort auch nochmal Resonanz da. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Geht du's. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020